Die Braunen Die Braunen Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und ich so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Und was wir da für Hitzewellen hatten. Die Blowerfappelkanten gingen ein. Da gab es bis zu 40 Grad im Schatten. Wir mussten mit dem Wasser sparsam sein. Die Sonne knallte ins Gesicht. Da brauchte man die Sauna nicht. Ein Schaf war damals froh, wenn man es schor. Es war hier wie in Afrika. Wer durfte, machte FKK. Doch heut heut summen alle Mücken laut im Chor. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und ich so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Winter war der Rheinfall des Jahrhunderts. Nur über tausend Meter gab es Schnee. Mein Milchmann sagt, ist Klima hier? Wen wundert's? Denn Schuld daran ist nur die SPD. Ich find, das geht ein bisschen weit. Doch bald ist wieder Urlaubszeit. Und wer von uns denkt da nicht dauernd dran? Trotz allem glaub ich unbeirrt, dass unser Wetter besser wird. Nur wann? Diese Frage geht uns alle an. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und ich so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Und ich so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Vielen Dank.